ja da bin ich wieder mit let's play megaman x8 ja in der letzten folge haben wir argument ist erledigt rechtzeitig geschafft und jetzt sind wir hier nochmal in der level von diesem panda und versuchen ein seltenes metall zu holen einfach so und ich habe ein verdammtes problem weil die fücherin verflucht stark einer freundlichen rüstung geoffen nicht einsteigen kann wenn die einmal die sind aufgelandet angeht man damit nicht tot ja damit dann ist mein kontro уверen ja ja die ketten kommen es ist einfach genug zwei jetzt haben wir wieder zeit ich bin dass im letzten paar schafften aber jeder wird natürlich viel länger in erinnerung hatte und ich habe keine rüstung ich brauche rüstung geht gar nicht da oben kriegt ein oder warum schauen oder irgendwo da rüstung ein problem ich weiß nicht ob er klappt ob der aufaktiviert wird ohne ja super da will ich jetzt noch schaffen da will ich jetzt noch schafften wäre doch gelacht dass sogar noch irgendwo und selten das beteiligt bekomme ich mit der tja ich will jetzt wissen verdammt am liter zu haben soll ich habe nur eine chance übrigens dornbarriere kommen diesmal habe ich jetzt wieder 50 minuten zeit da werden wir schaffen sollte vielleicht auch screen machen da soll ich doch die war sie noch mitnehmen und soll es ernsthaft so viel pech man er hat er geschafft mehr oder weniger ich mache da wieder ganz lang nur dass ich damit mein kopf kaputt ich will nur hier wenn wir so eine fehler der hat hat wie ich nicht hier durch kaputt geht jetzt muss den roter hier behalten jetzt zum ort kommt an dem ich ja schon zweimal war so und jetzt bei jungs irgendwie läuft heute nicht als ich will so dann mache ich noch wieder zu ende war ich ein bisschen wo das war es so da man kann man so hoch das war kann aber irgendwie auf so dann jetzt immer schön träumen und angreifen träumen und angreifen träumen und angreifen träumen und angreifen ich bekomme gar nichts so dann möchte ich darum dann wirst du fest darunter Oh Gott, nein. Jawohl. Oh, bist du behämmert. Ey, wie kann man nur so verballert sein? Da! Aresu! Verpiss dich. Danke. Wo kann man nur zweimal so ver... Wo kann man nur zweimal so verhämmert sein? Oh, geil. Da, wo ist das? Jetzt versuchen wir mal wieder einen Sackgarten. Oh, jetzt ist nichts wahr. Ich wette, das ist so. Aber jetzt muss ich erstmal... Ich warte, ich mach das auch noch ganz halt. Warum ist nix? So, und jetzt hier rüber. Und jetzt wieder rein. So. Das wird so weit von der PSOE. Sag, sag, sag. Oh, fuck. Ich will nicht mehr sehen. Aber wenn ich hier im Metall verpasse, dann muss ich nochmal zurück. Aber das will ich nicht machen. Wenn man Pellet mitnehmen soll. Ja, stimmt. Ich hätte eigentlich Pellet mitnehmen sollen. So. So. Oh, einfach knapp. So. Jetzt kommen wir hier ganz gemütlich durch. Ist das schön. Jetzt bekommen wir ganz viele Metalle. Äh, äh, wirkliche an. Ich werde ungefähr 850. Weil sie jetzt nicht. Ich werde immer 450. Oh, geil. Geil. Und natürlich. Ich werde eine Metall. Ach ja, ich bekomme keine Bescheid. Das ist gut. Das ist gut. Aber wo ist das mit der Metall? Gib mir mal her! Lief es mir! Der letzte Metall. Hier ich komme! Hm. Nein. Hier ich komme! Vielleicht habe ich jetzt gar keine Lust, da noch zu suchen. Boah. Alles gut gut. Und raus hier. Ich will immer sehen. Dann habe ich da heute bald beendet. Ja, auf ein paar Stunden nach oben. Oder überhaupt nichts mehr. Da kann ich jetzt sehen, was passiert, wenn man gelöst haben und nichts mehr da ist. Also, der Boss nicht mehr da ist. Mission schon wieder ab. So, wer das hat sich nicht gelohnt. Was haben wir bekommen? Wenn ich jetzt mal neu gehe. Irgendwas für Zero. Your Hunter Rank is gone up. No one can compare your skills. Okay. Nein. Was hat denn? Okay, weiter mal bekommen. Für Zero. Wir haben... ...Schildrüstung bekommen. Ach, kann ich mir nicht leisten. Tja. Naja, egal. Was wollen wir das denn tun? Was können wir uns denn noch hier holen? Das andere wäre ein bisschen verschwinden. Was ist denn hier kostspielig? Das andere wäre... ...Zelber können. Damit können wir in Kombination mit seinen Schwertangriffen freischalten. Aber... ...das... ...bringt nicht so viel eigentlich. Damit geht es denn an die Angriffsleiste schneller auf als gewöhnlich. Das könnten wir aber gebrauchen. Angriffsleiste ist hoffentlich mal die Teamleiste, weil sonst... ...ääh... ...fände ich das jetzt nicht so gut. Naja. Okay. Das war's dann mit der Filler-Episode. Ich mach' jetzt schon mal verfrühten Schnitt, weil... ...was ich in vier Minuten noch machen sollte, wüsste ich jetzt nicht. Und ja. Würde ich sagen, wir sehen uns im nähesten Part. Ich bin der... Ich bin... Ich kann meinen Namen nicht aussprechen. Ich bin der Nero LP. Und ich sage... ...Tschüss. Bye-bye.